Hi, mein Name ist Köbi. Mein Talk hat den Titel Läuft der noch Abspann, wenn eh alle gehen und steht passenderweise am Ende dieser MRM-CD. Und die kurze Antwort ist nein. Kinos sind da meistens pragmatisch orientiert und sagen sich, wenn keiner mehr da sitzt, der sich den Abspann anguckt, dann machen wir aus und dann sind wir durch und das ist gut. Wir sparen Strom und so. Ja, Talk vorbei, wir gehen heim. Nein, ganz so einfach ist es nicht bzw. ich wollte auf zwei, drei andere Aspekte eingehen, vielleicht vorweg. Ich vermute, das wisst ihr alle, aber ein Abspann ist das, was am Ende eines Films läuft und wo üblicherweise Wirkende aufgezählt werden, wo Drehorte aufgezählt werden, wo drinsteht, von wem die Musik eigentlich ist, was ich immer sehr spannend finde und was der Film für Musik hatte und so weiter und so fort. Alle Informationen über den Film, die nicht den Film inhaltlich betreffen, sondern mehr so Meta sind, stehen quasi im Abspann und so ein bisschen Legal Stuff am Ende, dieses No Animals Were Harmed oder so Zeug steht meistens auch im Abspann. Mit anderen Worten könnte man sagen, langweiliger Quatsch, der niemanden interessiert. Zumindest ist das der Eindruck, den man kriegt, wenn man in so einem Kino sitzt und am Ende der Abspann läuft und dann laufen alle Leute raus, weil ich verstehe nicht ganz warum. Ich bin einer der Menschen, die am Ende von einem Film im Kino sitzen bleiben und sich den Abspann angucken und dafür habe ich mehrere Gründe, auf die ich heute ein kleines bisschen eingehen möchte und ich möchte dann weiter ein bisschen was darüber erzählen, was denn in so einem Abspann alles aufgelistet wird, sprich ein bisschen erklären, was die einzelnen Leute, die in so einem Abspann genannt werden, tun, weil ich glaube, dass da eben ganz, ganz viele Namen über den Bildschirm flattern, die man nicht kennt. Okay, klar, da sind irgendwie ganz viele Leute, die kennt man nicht, aber insbesondere auch ganz, ganz viele Jobbezeichnungen, mit denen man nichts anfangen kann und ich versuche so eine Idee zu geben davon, wer da alles steht und was diese Leute bei der Filmproduktion jeweils tun. Ein kleiner Disclaimer vorneweg, ich bin kein Profi, ich habe noch nie einen Film gedreht, ich gucke die nur manchmal, das heißt, wenn irgendwie da Sachen anders sind oder falsch sind, dann bitte ich mir, das zu verzeihen, dürfte mich da gerne darauf hinweisen, da bin ich sehr dankbar, genau, aber ansonsten gucken wir uns das mal an. So, zum ersten Teil, warum würde man in einem Abspann sitzen bleiben? Klar, weil es vielleicht eine Szene gibt, die nach den Credits läuft oder weil parallel zu den Credits noch irgendwelche anderen Dinge laufen. Also einige Filme haben das, dass sie parallel zu dem Abspann noch irgendwie Bloopers, also irgendwie Szenen, die herausgeschnitten wurden, weil irgendwas schiefgegangen ist, laufen lassen. Ich sah es neulich in einem Film drin, in einem Actionfilm, da lief irgendwie danach so diese ganzen Szenen, wie die Leute nach ihren Stunts, wo sie irgendwie auf die Schnauze gefallen sind, wie sie dann abtransportiert wurden ins Krankenhaus. Das war ein Jackass-Film, da passt das thematisch ganz gut. Genau, das passiert dann wieder. Die meisten Marvel-Filme, wenn mich nicht alles täuscht, haben am Ende nach den Credits noch eine kleine kurze Szene. In Deadpool zum Beispiel wird da auch ganz gerne mal die vierte Wand durchbrochen. Genau, das ist irgendwie ganz nett. Das rundet manche Filme noch so ein bisschen ab, erklärt noch so ein bisschen, was ist passiert, gibt noch ein bisschen zusätzliche Informationen und ist ein Grund, warum man im Abspann sitzen bleibt, weil man hofft, dass danach noch was kommt. Und wenn es nur zwei Bären sind, die auf einer Veranda nebeneinander sitzen, wie in eben jedem Jackass-Film. Action-Point, falls ihr euch fragt. Genau, das ist ein Grund. Der nächste Grund, warum ich nicht verstehe, warum man aufsteht und geht, ist der zeitliche Aspekt. Für einen Film plane ich üblicherweise ungefähr zwei Stunden ein. Aktuelle Spielfilmlängen seit ungefähr 1960 kommen im Schnitt auf 125 bis 129 Minuten. Ganz, ganz viele Filme heutzutage sind deutlich länger. Und der geneigte Kinogänger informiert sich vorher nicht, wie lang der Film ist, den er sich jetzt angucken will und sagt sich, ah ja, der ist in 123 Minuten vorbei, da muss ich meinen Bus kriegen. Sondern er setzt sich rein, wartet, bis der Film durch ist und geht dann nach Hause. Das heißt, wenn ich sowieso schon dabei bin, 140 Minuten in irgendeinen Film zu investieren, dann kann ich die sieben Minuten, die so ein Credit im schlimmsten Fall braucht, auch noch sitzen bleiben. Schließlich hat sich irgendjemand Gedanken gemacht, was da gezeigt werden soll und das ist nicht einfach so, okay, wir haben eine Liste an allen Leuten und die klatschen jetzt auf den Bildschirm, sondern in so einen Abspann fließt meistens ein bisschen mehr, ein bisschen mehr irgendwie, fließen meistens ein bisschen mehr Gedanken. Das heißt, diesen zeitlichen Aspekt, den sehe ich nicht so ganz. Insbesondere wissen die Leute normalerweise am Ende eines Films nicht, wie viel Uhr es ist, weil die meisten Uhren sind unsere Handys und die sind während einem Film offensichtlich aus. Alles andere finde ich ein bisschen respektlos, muss ich sagen. Das heißt, den zeitlichen Aspekt, dass Leute sagen, okay, ich muss jetzt ganz dringend los, den kann ich in Einzelfällen natürlich verstehen, aber allgemein verstehe ich nicht so ganz, wieso man das als Grund nehmen sollte, bevor der Film zu Ende ist, zu gehen. Denn letztendlich hat das Ganze was mit Respekt zu tun. In einem Konzert gehe ich ja auch nicht, sobald der letzte Ton verklungen ist und sage, alles klar, tschüss, ich muss los, sondern ich bleibe meistens auch noch die sieben, acht, zehn Minuten, die es braucht, bis alle fertig sind mit Klatschen, auch wenn das manchmal sehr lange dauert. Die meisten Leute bleiben da dann doch sitzen und sagen, okay, ich nehme das mit oder generell sonst auf Konzerten oder sowas wartet man ja meistens auch, bis die Band zumindest von der Bühne ist. Und geht erst dann nach Hause. Und in einem Film, auch wenn das nicht ganz so live ist, finde ich auch, dass man das gesamte Kunstwerk von Anfang bis Ende mitnehmen kann. Und ein Film ist eben genau dann zu Ende, wenn er zu Ende ist, so physikalisch zu Ende, weil zumindest früher waren das ja so Filmrollen, die so abliefen. Und der Film ist halt erst zu Ende, wenn diese Rolle komplett durchgelaufen ist. Und da gehört der Abspann aus meiner Sicht dazu. Insbesondere ist der Abspann so das einzige Medium, mit dem sich die Produzenten oder der Regisseur eines Films an die ganzen Leute wenden kann, die ihnen geholfen haben. Und man findet deswegen in ganz vielen Filmen irgendwie witzige Kleinigkeiten, die irgendwie da ein bisschen drauf anspielen. Ich glaube, in einem der Robocop-Filme oder so gab es einen Writer, der in dem Film mitgeschrieben hat. Andrew Kevin Walker hieß der. Und der wurde nicht gecredited. Der hat also keine Erwähnung in den Credits bekommen. Bis auf drei so unbenamste Polizisten in irgendeiner Szene wurden in den Credits genannt mit Detective Andrew, Detective Kevin und Detective Walker. Und das ist irgendwie so. Auf diese Art und Weise nutzen ganz, ganz viele Kreative eben ihren Abspann, um nochmal ein bisschen nette Sachen da reinzubringen. Und es macht sehr viel Spaß, das zu beobachten und solche Szenen zu finden. Und ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel der Film Airplane von 1980. Da wird ein Bestboy gecredited. Das ist irgend so ein Dude. Kommen wir gleich zu, was der Bestboy ist. In der Leitzeile darunter wird ein Worstboy gecredited. Das ist Adolf Hitler. Das ist auch ganz amüsant. Das sind einfach Kleinigkeiten, die man in so einem Abspann findet, die dem Film nochmal eine zusätzliche Ebene geben, die vielleicht Fragen, die man zwischendurch hatte, aufklären und die einfach ganz spannend sind zu entdecken. Und das alles verpasst man, wenn man einfach geht. Genau. Eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich mir auch immer stelle, wenn ich einen Abspann gucke, ist, natürlich kenne ich wen in diesem Abspann. Kenne ich Musik, die da lief? Sind mir irgendwie Schauspieler aufgefallen, von denen ich jetzt wissen möchte, wer sind die eigentlich? Und natürlich auch, wer hat an diesem Film eigentlich alles mitgewirkt? Warum ich in einem Abspann sitzen bleibe, habe ich jetzt mehr oder minder erklärt, glaube ich. Das sind so die Hauptgründe, die mir einfallen. Vielleicht fallen euch weitere Gründe ein. Vielleicht geht ihr, oder vielleicht eine kurze Frage zwischendurch. Wer von euch geht denn nach einem Film nach Hause und guckt sich den Abspann nicht an? Das sind erstaunlich wenig. Der Rest sitzt vielleicht deswegen hier. Natürlich kommt immer sehr drauf an. Genau. Dann kommen wir jetzt zum zweiten und zum etwas größeren Teil, nämlich, was sind denn überhaupt die Leute, die an so einem Film beteiligt sind? Und ganz, ganz oben in so einem Film steht immer der Producer, beziehungsweise die Producer. Und der Producer ist, wenn man so möchte, der Chef. Das ist die Person, die sich im Wesentlichen um alles kümmert. Die Person, die die Kreativen auswählt. Die Person, die sich um Budgeting kümmert. Die Person, die die grundsätzliche Idee für den Film hat und das in die Tat umsetzt. Dieser gesamte Prozess von wir haben eine Idee bis ein Film steht in den Kinos. Alles, was dazwischen läuft, läuft, weil der Producer sich hinstellt und sagt, ich will, dass das passiert. Also er ist die treibende Kraft. Er ist meistens eben auch die Person, die den Regisseur, was ist das deutsche Wort für Hire, anstellt. Die irgendwie die Writer, die Schreiber, die Drehbuchschreiber anstellt. Und alle anderen Leute, die irgendwie dazugehören. Das geht eigentlich immer alles vom Producer aus. Und das macht er nicht alleine, sondern er hat so eine Menge an Dollarzeichen-Titel-Producern, die so in so Credits auftauchen. Genau. Da gibt es zum Beispiel den Co-Producer. Der Co-Producer ist meistens ein etwas jüngerer, etwas unerfahrener Producer, der noch nicht genug Kredibilität quasi hat, um als kompletter Producer da irgendwie drin zu stehen. Executive Producer sind meistens Leute, die mit dem Film an und für sich gar nicht so viel zu tun haben, sondern die entweder zum Beispiel für einen großen Teil des Budgets verantwortlich sind, weil sie sich darum gekümmert haben, dass da irgendwie Geld reinkommt oder die für andere große Teile des Films verantwortlich sind. Nicht auf kreativer Ebene, sondern auf organisatorischer Ebene. Die werden dann oft als Executive Producer gecredited. Line Producer sind Menschen, die sich am Set selber um den Film kümmern. Ein Producer ist üblicherweise nicht Tag für Tag am Filmset, sondern hat Line Producer, die irgendwie so das tagtägliche auf dem Set irgendwie managen und sich da um Dinge kümmern und die dann irgendwie als Producer gecredited werden. Genau, und Associate Producer geht ein bisschen in die Richtung Executive Producer sind eben auch Leute, die sich assoziiert um einzelne Aspekte kümmern. Das kann durchaus auch kreativ sein, aber die eben nicht so ein ganz breites Aufgabenspektrum haben. Genau, sobald wir einen Producer haben, der einen Film produzieren will, brauchen wir so eine weitere Menge an Schlüsselpersonen für einen Film, damit das Ganze überhaupt irgendwie funktionieren kann. Die wichtigste davon ist sicherlich der Director, der Regisseur eines Films. Das ist der Hauptkopf der kreativen Arbeit. Das ist die Person, die sich um im Wesentlichen alles kümmert, was kreativ an dem Film passiert. So wie der Producer quasi organisatorisch hauptverantwortlich ist, ist der Regisseur eben kreativ hauptverantwortlich. Und ist im Zweifel da die entscheidungstragende Gewalt, die am Ende da im Wesentlichen bestimmt, wie der Film aussehen soll. Die meisten Regisseure gehen an den Film ran. Zum Beispiel, ich glaube Kubrick war das, der meint, Filme drehen ist eigentlich voll langweilig. Weil wenn er anfängt, einen Film zu drehen, dann hat er komplett im Kopf, wie der Film aussieht und sorgt dann nur noch dafür, dass nachher auf irgendeinem Zellophanband auch tatsächlich die Bilder, die er im Kopf hat, irgendwie drauf sind. Und eigentlich ist es gar nicht so spannend. Genau, das ist also quasi die Person, die das Ganze kreativ leitet. Die nächste wichtige Person sind die Drehbuchautoren, die offensichtlich fürs Drehbuch verantwortlich sind. Und ganz oft eben auch nur fürs Drehbuch, sobald das Drehbuch irgendwie existiert, haben die keine weitere oder wenig Einfluss auf den weiteren Film. Zumindest in amerikanischen Produktionen ist das ganz oft so, dass ein Drehbuchautor eben, sobald er das Drehbuch abgegeben hat, dann nicht mehr wirklich viel Einfluss hat auf, wie soll der Film eigentlich funktionieren. Das heißt, wenn er vielleicht Ideen hatte zu, wie sieht eine Szene aus, was für einen Touch kriegt das Ganze, dann kann es durchaus sein, dass es im Filmende am Ende ganz anders aussieht, weil der Regisseur da eine andere Idee hatte. Genau, und die nächsten Personen, die man irgendwie braucht, damit das Ganze funktionieren kann, ist der Cast, sprich sind die Schauspieler, die am Film mitwirken. Da unterscheidet man zwischen einem Primary Cast und einem Secondary Cast. Der Primary Cast sind eben alle Leute, die irgendwie einen Namen haben, die eine Sprechrolle haben, die wichtig sind für den Film, sag ich mal. Und wo es halt auch wichtig ist, welche Person spielt das gerade. Und das sind so, keine Ahnung, die ersten 20 Zeilen in so einem Abspann vom Cast, sind so der Primary Cast. Und dann kommen alle Nebenrollen, die irgendwie nur ganz, ganz wenig zu sprechen haben oder die vielleicht nur extra in der Szene sind oder sowas. Das ist der Secondary Cast. Genau, und wenn man diese Leute beisammen hat, dann ist im Filmbudget eine Linie. Das heißt, wenn so ein Film budgetiert wird, dann ist in diesem Budget irgendwo eine Linie drin, so physikalisch ist da so ein Strich. Und alle Leute, die bis jetzt genannt worden sind, sind das, was man Above the Line nennt. Sprich, das ist irgendwie okay. Mit diesen Leuten handeln wir einzeln aus, wie viel Geld sie dafür kriegen. Diese Leute sind uns irgendwie sehr, sehr wichtig. Und diese Leute werden quasi nicht nach Tarifvertrag bezahlt, sondern da macht man irgendwie immer einzelne Verträge. Das ist so ein bisschen nachher das, was den Großteil des Budgets auch einfach ausmacht. Weil es sind irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Leute Above the Line und die kriegen einen sehr, sehr großen Teil des Filmbudgets nachher irgendwie als Geld. Genau, und das sind eben keine Kosten, mit denen man quasi vorher schon rechnen kann, weil es noch nicht so ganz klar ist, wie viel will jetzt eigentlich Jack Nicholson dafür, dass er hier diese Drei-Minuten-Rolle spielt. Will er eher viel oder eher wenig? Mal gucken. Genau. Aber das ist quasi das, was man Above the Line nennt. Below the Line kommt das, was man meistens als Produktionskosten ansetzt. Sprich, die Kosten für den gesamten Rest der Leute, die an so einem Film beteiligt sind. Da gibt es zum einen das, was den Produzenten unterstützt, die sogenannte Production Unit. Vielleicht als kurzer Disclaimer vorweg, all diese Sachen gelten sehr, sehr stark für so Hollywood-Filmproduktionen. Und wie das nachher im Detail aussieht, was für Aufgaben jede einzelne Person hat, ist sehr, sehr stark von Produktion zu Produktion unterschiedlich. Die Leute haben offensichtlich auch sehr andere Namen, je nachdem, in welchem Land man sich so gerade befindet. Genau, was im Englischen der Director ist, ist im Deutschen der Regisseur, ist im Französischen der Realisateur. Was im Französischen der Regisseur ist, ist im Deutschen der erste Aufnahmeleiter, ist im Englischen der Unit Production Manager. Also die Begriffe unterscheiden sich da durchaus ein bisschen. Genau, und der Production Unit vorsteht quasi der Unit Production Manager. Das ist im Wesentlichen sowas wie ein Line Producer, also jemand, der sich tagtäglich um die Organisation am Set kümmert, der irgendwie Callsheets schreibt, der quasi für die Dispo verantwortlich ist, was weiß ich nicht alles. Und ja, das Ganze irgendwie am Laufen hält und je nachdem, ob man quasi als Line Producer oder als Unit Production Manager angestellt ist, macht man das Gleiche, kriegt aber mehr oder weniger Geld. Genau, also dieser Person unterstehen dann auch alle Köpfe von allen anderen Departments. Also irgendwie der Hauptlichttechniker oder der Hauptkamera-Mann oder weitere Leute unterstehen irgendwie quasi dem Unit Production Manager. Genau, dann haben wir üblicherweise einen Production Coordinator. Das ist, wenn man so möchte, sowas wie der Geschäftsführer von der Produktion. Der kümmert sich also so ein bisschen ums Budget und ist quasi, wenn man so möchte, der Chefsekretär von der ganzen Angelegenheit. Wir haben Production Designer, die ganz oft auch als Art Director gekreditet werden, die also so ein bisschen für das Aussehen, für den Look des Films, für das Szenenbild, für die Bühne und so weiter verantwortlich sind und da eben Dinge tun. Und wir haben den Production Assistant, der genau das ist, was sein Name sagt, nämlich der Assistent der Produktion. Er ist also die Person, die ganz viel läuft, ganz viel tut, ganz viel lernt und wenig Schlaf kriegt. Genau, das ist so ein bisschen ein kleiner Überblick über die Production Unit. Als nächstes haben wir die Directors Unit. Das sind Leute, die quasi direkt dem Regisseur unterstehen und die sich da quasi um Dinge kümmern. Da helfen meistens der First Assistant Director und der Second Assistant Director, die sich irgendwie um den Shooting Schedule kümmern, die sich um Logistik kümmern, die mit den anderen Departments irgendwie kommunizieren. Also jeder, der irgendwie viel zu sagen hat, hat üblicherweise ein, zwei Leute, die ihm unterstehen, die ihm assistieren, die ihm einfach in seinen Aufgaben quasi helfen. Die meisten Filme haben oder gerade größere Produktionen haben neben einem Director auch noch eine Second Unit. Das heißt, die haben quasi alle die Leute, die es da gibt, nochmal. Und die sind dann dafür verantwortlich, die ganzen Szenen zu drehen, in denen der Primary Cast nicht beteiligt ist. Das heißt, wenn wir irgendwie in einem Film, sagen wir Fuck you, Güte, da gibt es eine sehr schöne Szene, wo irgendwie so eine kleine Kamerafahrt von so einem Meter ist, die durch so ein sonnendurchflutetes Klassenzimmer mit Stühlen oben schwenkt, ist ein wunderschöner Second Unit Shot, weil dafür braucht man nun wirklich keinen übertrieben krassen Kameramann und niemanden, der vor der Kamera steht, sondern man braucht irgendwie ein Klassenzimmer und ein bisschen Beleuchtung von draußen und dann lässt man eine Kamera durchfahren und dann ist es okay. Und da muss sich natürlich auch irgendwer darum kümmern, dass das aufgenommen wird, aber das muss nicht die Person sein, die nachher kreativ für den Film verantwortlich ist, sondern der Director kann im Wesentlichen seinem Second Unit Director sagen, hey, ich bräuchte da so einen Shot von irgendwie so einem leeren Klassenzimmer mit Stühlen oben und dann kümmert sich der da drum. Oder auch wenn wir so Sachen haben, wie unser Main Actor macht eine Tür auf und dann haben wir ein Close-Up von der Hand, wie sie an die Türklinke greift, ist ganz oft eben auch ein Second Unit Shot, sprich für diese, keine Ahnung, für die Zeit, die es braucht, um diese Szene zu filmen, müssen wir nicht unbedingt unseren Primary Cast bezahlen, sondern da tut uns auch ein Handmodell, was deutlich günstiger ist, dass da diese Tür öffnet. Wir müssen auch nicht irgendwie unseren super teuren Kameramann und unseren super teuren Regisseur bezahlen, sondern das lassen wir alles über unsere Second Unit laufen. Und ein ganz wichtiger Mann, da ist eben der Second Unit Director, also der Regisseur von dieser Second Unit. Und wer auch noch zur Directors Unit gehört, ist der sogenannte Script Supervisor. Der kümmert sich darum, dass das, was im Skript steht, auch mit der Realität irgendwie übereinstimmt. Und das sind insbesondere so Sachen wie irgendwie Kontinuität, also darauf achten, dass von Einstellung zu Einstellung die Position von Personen irgendwie passt oder dass eine Person nicht irgendwie, keine Ahnung, vom Bad in die Küche läuft und im Bad hat der ein rotes T-Shirt an und in der Küche hat der ein grünes T-Shirt an. Und da ist der Script Supervisor einfach für da, dass solche Dinge nicht auftreten. Genau, das ist die Directors Unit. Dann schauen wir uns die Camera Unit an. Deren Head ist der sogenannte Director of Photography oder Cinematographer und das ist einfach der Hauptkammeramann eines Films. Der ist also im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass das Bild nachher in die Kamera reinkommt. Das heißt nicht unbedingt, dass er tatsächlich auch die Person ist, die die Kamera bedient, sondern er ist einfach quasi der Chef vom Bild und koordiniert, wo sollen welche Lichtpunkte sein oder sagt, okay, wir brauchen hier mehr Licht, wir brauchen da weniger Licht und kümmert sich generell um diese Dinge. Das ist ganz oft natürlich auch hinter der Kamera, aber muss das nicht unbedingt sein, sondern überlässt das im Zweifel irgendwie Camera Operators, die die Kamera dann tatsächlich bedienen. Der hat natürlich auch irgendwie Assistants, den First Assistant Camera und den Second AC, die zum Beispiel für das Laden des Films verantwortlich sind oder für die Klappe oder irgendwie weitere Dinge. Genau, das sind Menschen, die sich so mit um die Kamera kümmern. Zur Kamera Einhell oder zum Bild generell gehören die Grips. Grips sind die Menschen, die auf dem Film dafür verantwortlich sind, Equipment von A nach B zu schieben. Sei das jetzt irgendwie Bühnenbild oder sei das anderes Equipment, das tatsächlich zu sehen ist oder auch irgendwie Aufbauten fürs Licht, Aufbauten für die Kamera. Wir müssen eine Kamera an einem Hubschrauber montieren. Wie machen wir das eigentlich? Wir brauchen hier einen Kamerakran und da irgendwie einen Dolly, also ein kleines Wägelchen, auf dem eine Kamera draufliegt. Und weil wir draußen irgendwie gerade filmen, brauchen wir für den Dolly auch noch was, auf dem er irgendwie laufen kann. Da kümmert sich das Grip-Department drum. Das sind die sogenannten Grips. Und deren Chef ist der sogenannte Key-Grip. Hört sich nicht nach viel an, ist aber eine halbwegs wichtige Person. Und dessen Assistent ist der sogenannte Best-Boy-Grip. Wo die Bezeichnung herkommt, ist nicht ganz klar. Die ist aber schon ein bisschen älter. Ich glaube, 1926 oder so taucht dieser Begriff zum ersten Mal irgendwo auf. Funfact am Rande, Abspänne gibt es erst seit ungefähr 1960 oder so rum. Die sind also noch gar nicht so alt wie Film selber. Früher war man da sehr knauserig und hat irgendwie einen kleinen Vorspann gezeigt, in dem irgendwie so die wichtigsten Leute genannt wurden. Und dann kam am Ende ein The End. Das sieht man in Schwarz-Weiß-Filmen sehr oft, primär weil die sehr alt sind, weil sie Schwarz-Weiß sind. Genau, aber das Ganze gibt es noch nicht so unendlich lang. Den Begriff Best-Boy gibt es schon länger, als es Abspende gibt. Der heißt halt so. Das ist einfach nur der erste Assistent vom Key-Grip. Genau, und bei diesen zwei Leuten, die irgendwie für Equipment zuständig sind, auch durchaus für das Anmieten von Equipment, für deren Budgetierung und so weiter, unterstehen die Grips, die manchmal auch als Company-Grip oder irgendwas anderes Grip bezeichnen, als Gang-Grip, als Third-Grip. Das sind alles einfach nur Namen für Leute, die eben im Grip-Department arbeiten und sich generell um Equipment kümmern. Genau, wichtiger weiterer Punkt ist die Lighting-Unit. Das sind die Leute, die fürs Licht verantwortlich sind und im Wesentlichen quasi für die Elektronik in so einem Film. Und deren Chef ist der sogenannte Gaffer. Und dieser Name kommt von einem langen Stab, der einen Haken vorne dran hat, dem sogenannten Gaff, der nicht nur im Film, sondern auch in vielen anderen Bereichen eingesetzt wird. Und der im Film eben dafür da ist, um so einen Scheinwerfer, der, wenn er mal so eine Stunde oder zwei läuft, relativ warm wird, von A nach B zu bewegen. Und weil das der Dude mit dem Gaff macht, heißt er der Gaffer. Und das ist meistens eben der erste Beleuchter, der Chefbeleuchter quasi. Und dem untersteht, da kommt übrigens auch Gaffer-Tape her. Eigentlich schreibt man das so wie da oben mit zwei F und E-R. Und dann haben Leute da irgendwann Gaffer mit A draus gemacht. Aber eigentlich ist das genau das Tape, was der Gaffer nutzt, um Dinge abzutapen. Und deswegen heißt das Gaffer-Tape. Und das ist nur so als Funfact am Rande. Genau, dem untersteht als erster Assistent der Best Boy. Der hat da auch keinen Titel hinter, sondern das ist quasi, wo das ursprünglich herkommt, dann wurde es auch im Grip-Department verwendet. Aber genau da kommt das quasi her. Und denen unterstehen dann eben wieder ganz viele Electricians, die weitere Beleuchter sind und sich um Licht am Film kümmern. Genau, jetzt brauchen wir noch eine Sache, damit wir einen Film haben. Wir haben eine Kamera, wir haben Licht, wir haben Equipment für alles andere. Jetzt brauchen wir noch Sound. Der Mensch, der sich darum kümmert, wie sich so ein Film eigentlich anhört am Ende, ist der sogenannte Sound-Designer. Der designt den Sound, das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Genau, wichtig da ist insbesondere der sogenannte Boom-Operator. Ein Boom ist ein ganz langer Stab, an dem am Ende so ein Mikro dranhängt. Und der Boom-Operator ist der Dude, der dieses Mikro so über die Leute hält. Und dafür sorgt, dass irgendwie Sound, weil das, was Leute sprechen, irgendwo ankommt. Ja, den nennt man irgendwie Boom-Operator. Und der Third Man in der Sound-Unit ist die Person, die sich um so den ganzen restlichen Sound kümmert. Also das, was irgendwie von der Szene eingefangen wird. Genau, das ist irgendwie der Third Man, der sich auch so ein bisschen im Kabelmanagement, im Sound kümmert. Den nennt man so. Genau, und das ist im Wesentlichen, was man braucht, um einen Film zu filmen. Und dann geht das Ganze in die sogenannte Post-Production. Die wichtigste Person da ist der Editor, ist die Person, die den Film nachher editiert. Also die das ganze geschossene Filmmaterial nimmt und das irgendwie passend zusammenschneidet. Szenen, die man nicht braucht, rausschneidet. Die offensichtlich dann auch sehr viel mit dem Kameramann, dem Regisseur und so weiter zusammenarbeitet. Deren Assistent ist der Assistant Editor, der da eben zur Hand geht und hilft quasi. Es gibt üblicherweise pro Film einen Colorist, der sich um Farben kümmert, der sich darum kümmert, dass die Farben gut aufeinander abgestimmt sind, dass der Film irgendwie farblich schön aussieht. Und auch da haben wir in der Post-Production wieder einen Sound-Designer, der sich quasi, nachdem der Film geschossen ist, darum kümmert, dass der Sound sich so anhört, wie er sich anhört. Genau, das sind die meisten Leute, die an so einem Film beteiligt sind und deren Namen man vielleicht in einem Abspann liest. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine grobe Idee, was diese Leute tun und wo sie quasi einzuordnen sind. Ich bin auch am Ende meines Vortrags. Ich danke euch, dass ihr auch am Ende dieser MMCD noch so zahlreich da wart. Was sind eure Fragen? Was ist offen geblieben? Die Frage war, was ist der typische Charakter eines Guest-Stars? Da muss ich dir ehrlich sagen, kann ich dir nicht so super viel zu sagen. Ich vermute, das sind im Zweifel genau Leute, die nur eine kurze Rolle haben. Leute, die irgendwie mit dem Producer, dem Regisseur befreundet sind und deswegen in dem Film auch auftreten. Das klingt wie was, was als Guest-Star gekredigt werden könnte. Wie ist das mit, sagen wir mal, wir haben jetzt Post-Production-Team gehabt, Pre-Production. Also was mir einfallen würde, wäre zum Beispiel bei Hobbits, Herr der Ringe, Location-Scouts, die in Neuseeland zum Beispiel diese Locations machen. Gibt es da auch so dann gruppenfeste Begriffe? Ja, klar, es gibt für ganz, ganz viele Filme einen Location-Manager, der Locations-Managed. Genau, es gibt aber ganz viele dieser Begriffe, da ist eben aus meiner Sicht den Liesmann und dann, okay, wir haben einen Location-Manager. Der wird sich vermutlich um Locations gemeint, da ist aus meiner Sicht sehr klar, was die Person tut. Deswegen sind, ich meine, offensichtlich in den Filmen Abspann ist deutlich länger als das, was da oben stand. Und viele Begriffe habe ich nicht genannt, weil sie, wie gesagt, einfach, aus der Jobbezeichnung geht sehr klar hervor, was macht eigentlich ein Location-Manager. Aus einer Jobbezeichnung geht vielleicht nicht so klar hervor, was macht eigentlich ein Line-Producer, was ist eigentlich ein Unit-Production-Manager. Genau. Aber ja, du hast völlig recht, es gibt darüber hinaus noch viele, viele, viele Leute, die an einem Film beteiligt sind, deren Jobbezeichnung ich jetzt nicht genannt habe. Zum Beispiel den Location-Manager. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sage ich vielen Dank und wünsche euch noch eine schöne Heimreise. Applaus Vielen Dank.